Das ist so richtig die Scheiße, was dich dann aufläuft. Kann ich verstehen. Pistel! Auf Pistel! Was hast du als Waffe? Ich hab nur, glaube ich, 18. Geh! Zweimal treffen muss es ganz so nichts sein. Naja, ich komm nicht schon mit meiner Igel, du Wichser. Du bist schon ein Wichser, wisst du. Oh, er hat meine Arbe. Wollen wir mal Arbe gegen Arbe machen? Ja, super. Ich kann mich gar nicht anleißen, aber es ist hier gegen Arbe. Es ist hier gegen Arbe. Es ist hier gegen Arbe. Die Marge. So eine Scheiße. Oh, jetzt geht's los, Alter. Jetzt kommt der Sniper-Battle auf B, machen wir das. Okay. Okay. Are you ready? Oh, das war ein Treffer. Oh, das war ein Treffer. Okay, scheiße. Jetzt kannst du auch eine Arbe leisten, oder? Ich guck mal nach. Mal gucken. Nee, kann ich schon nicht, aber ist auch kein Problem. Mach ich einfach mal Igel. Nur Igel. Obwohl. Ich guck mal noch eine FSG. Aber nur, um zu safen. Weil eine Igel, keine Ahnung, ich würde das nicht schaffen gegen eine Abo-P mit der Igel. Oh, wir machen Igel-Igel, aber das... Ich weiß nicht, ob du da drauf Bock hast. Na ja, können wir machen, Igel gegen Igel. Alles klar, Dambu. AIMBOT ON, oder was? Wie gesagt, der Igel ist nicht schwer, wie wir es alle sagen. Ja, halt die Schnauze, Alter. Wenn du sehen wirst, wie oft ich dich treffe manchmal, nur mit der scheiß Pistole an. Also, oh, macht leider nur 12 Schaden auf die Entfernung. Leute. Scheiße. Ah, fuck. So ein Dreck. Ja, mach mal einfach Igel gegen Igel. Okay. Okay. Das ist okay. 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 Ok. Get on her Terroristen win! Das kann ich mal so schlechten mit der Degel, das war gut mit der Degel. Ich spiel's nicht, wie so spiel's nicht bei Gelingenheitsspiel. Weil ich unter Stresssituation nicht mit Degels spielen kann. Hast du? Ich brauche die Geräte, lass uns gehen. Das ist schon gut, wenn man so mit der Degel spielen kann. Das ist überhaupt fern. Die Conspiracy. Ja, schaut einfach so gut aus. PUSH! 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 PUSH Alter, verdammte Scheiße ist das schweigendig. Ich habe jetzt genug mit Abo, ich mache trotzdem einfach das, ich komme weiter. Das macht mir viel mehr Spaß. Das ist blitziger, ja. Ja, aber mit Abo ich mich immer so einfreue, weil du einfach schlecht bist. Ja, ich kann mit Abo nicht spielen, das gebe ich gern zu. Mit SSG geht es halbwegs, aber auch nur halbwegs. Digga, ich kriege... Ich bleibe immer hängen, das ist so schlimm. Das ist krank, das ist wirklich gut, Alter. Alter. Das ist krass, wenn man so spielen kann mit einer Igel. Können wir auf Office gern nochmal machen, wenn es willst. Gerne. Ich bin dabei. Igel, ich bin Igel. Aber jetzt probiere ich dich mal wegzuholen. Gerne, ich bin dabei. Aber jetzt schwin ich mich. Ist doch gar nicht w Turm aus, ich bin dabei. Nein, ich bin dabei. Das ist super. »